Hallo, ich bin jetzt wieder der Mandi, von MAC OCC Modell Sport Blog, ein paar von euch kennen und zwar habe ich da jetzt mal was ganz was feines, und zwar habe ich da jetzt von Louise, da habe ich die neuen Crawler Reifen gekriegt, nicht von Louise, sondern das ganze ist gesponsert worden von Radra RC Racing unter www.radra.at, die haben meine eigene Homepage, die haben aktuell die Reifen schon, und zwar 1.9. Crawler Reifen sind das, CR Rowdy, ich habe mich für den entschieden, weil mich das Profil einfach gefällt, ja, ich bin allgemein ein wenig ein Luis Reifen Fan, also ich fahre es am Buggy, ich fahre es am Truckgy, ich fahre es eigentlich für jeden Fahrzeug, jetzt habe ich es mal für die Crawler und Scaler Geschichte ein wenig ausprobiert, ja, das ganze, hoppen wir schon mal aus. Luis, finde super Marken eigentlich, wie Reifen, ja, das ganze ist ziemlich wuchtig, von Profil her, es ist sehr weich, also das gefällt mir sehr gut, es ist wirklich, also von der Gummimischung her, eine geile Sache. Schauen auch gut aus, das einzige, was ist, leider kriegt man es nur in der verklebten Version, aber sobald es die anderen gibt, die ohne Felgen, weil das ist jetzt auf eine Kunststofffelgen verklebt, dann kriege ich die natürlich auch gleich, dann werden die auf Bettlags hochgeschraubt und nochmal getestet. Ja, so im Großen und Ganzen, wie gesagt, es ist wirklich extrem weich, das ist eigentlich ein Wahnsinn, faszinierend, ja, gefällt mir, das ganze mit 12mm mitnehmen, und wie gesagt, da war eben der Radra RC Racing, da so fein und hat mir die zur Verfügung gestellt. Irgendwie schaut das irgendwie cool aus da, damit die optisch wie an den Schrauben verraten, aber es ist Kunststoff, leider. Und wie man hört, sind Lüppchen dran, für die Luft, die werde ich für meine Tests sicher mal zukleben, weil, wie immer, ein bisschen mit dem Wasser spülen werde, aber da werden noch Videos folgen, das ist auch klar, das kennt ihr schon von mir. Ja, aber so ganz eine feine Geschichte, also ich glaube, wenn die auf Bettlags drauf sind, dass das echt geniale Reifen sind. Und es gibt vier verschiedene davon, von den Reifen, also vom Profil her. Und das Ganze gibt es nämlich sogar faszinierenderweise in 2.2 auch, und die sind genauso weich und genauso genial. Also, lasst euch überraschen auf das Video, was ich Ihnen eigentlich noch zeigen werde. Ciao, ciao, peace and out! Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie man sieht, ich brauche schon eine Latze, weil ich fast zum Sabern angefangen habe, weil die Reifen, mir ist es extrem gut gefallen. Ich werde das Ganze auf meinen S6CN2 auf wiederhund testen. Und wahrscheinlich übernächstes Wochenend auf der Burg Trophy testen. Natürlich, Fotos, Videos werden kommen. Ja, ein großes Dank nochmal an Radra, RC Racing, www.radra.at. Findet ihr eine Homepage, auch im Facebook sind sie zu finden. Ist echt ein cooler Laden. Super Sachen. Und wie gesagt, es sind zur Zeit einer von den ersten, also einer von den paar, die jetzt den Luis Reifen schon haben. Und auch die ersten, die dabei mal lagern haben. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, teilt ihr mir über ein Like oder ein positives Kommentar gefallen. Gefreien. Wenn es euch nicht gefallen hat, kann ich ja nichts machen. Peace out.